Eine recht offene Session, das heißt also ungeplant. Wir haben jetzt ein paar Mutige, die hoffentlich interessante Themen vortragen werden. Jeder hat zehn Minuten Zeit. Ich werde das hier genau stoppen und dazwischengrätschen, wenn das zu lange dauert. Muss nicht zehn Minuten sein, kann auch ein bisschen kürzer sein. Wir haben, wie gesagt, eine Liste an Teilnehmern. Ich kann ja einmal ganz kurz die Themen ansprechen. Content by Mail ist eine Extension, über die gesprochen wird. Dann geht es einmal um Server Performance beim Apache. Also nicht Joomla drehen, sondern Server drehen. Dann in Englisch JForms. Dann haben wir einen kurzen Beitrag über CCK Fabrik. Und dann noch über AngularJS. Ich weiß nicht, ob das jedem was sagt, aber es ist sicherlich auch interessant. Und ganz zum Schluss, wenn wir es noch schaffen, wird David uns mit IPv6 aufs Mittagessen einstimmen. Gut, dann würde ich Content by Mail Michael Baas einmal nach vorne bitten. Übernimm das Keyboard, wenn du irgendwas aufrufen möchtest. So, hallo erstmal. Es ist jetzt etwas schwierig, ich bin der Erste, der einen Tech Talk macht. Ich weiß jetzt nicht, was ihr von mir hören wollt. Aber andererseits, ich habe es angeboten. Ich möchte kurz einen kommerziellen Plugin machen. Dieses Programm ist meines. Ich habe dieses Content by Mail entwickelt. Die Historie geht zurück auf Mambo. Da habe ich das Ganze entwickelt. Die Idee ist, man schickt Mail an eine Mailbox und das Ganze wird im CMS veröffentlicht. Ich habe das damals da noch für Joomla 1 portiert. Ich weiß nicht, ob einige Benutzer hier sind, die es damals verwendet haben. Und habe es jetzt vor kurzem auf die aktuellen Joomla-Versionen portiert und zum Laufen gebracht. Man fragt sich vielleicht, wir sitzen doch alle komfortabel hier in unserem DSL-Internet. Wofür braucht man denn sowas überhaupt? Es gibt durchaus Menschen, die aber nicht hier sind, denen das Joomla-Backend zu kompliziert ist, wenn sie Inhalte veröffentlichen wollen zum Beispiel. Oder trotz aller Möglichkeiten, die wir mit mobilen Geräten haben, ist es einfach grauenhaft, unter iOS zum Beispiel Content zu erzeugen. Ich weiß nicht, ob es einer von euch schon mal probiert hat oder mir geeignete Apps dafür empfehlen kann. Aber ich scheitere da immer. Und insofern gibt es durchaus Situationen, denke ich, wo Mail eine vernünftige Schnittstelle ist, um schnell Inhalte ins CMS zu bringen. Anwender, die ich in früheren Zeiten hatte, waren zum Beispiel ein Polarforscher. Der hatte keinen ISDN-Zugang, sondern ein Satellitentelefon, mit dem er gelegentlich mal was absetzen konnte. Aber der wollte dann nicht im Backend arbeiten, sondern schnell eine vorbereitete Mail abschicken. Oder Missionare in Afrika, die eben auch eine Einwählverbindung haben mit 9600. Da ist es dann auch nicht so komfortabel. So, ich hoffe, nach diesem kurzen Talk versteht jeder, was das Programm tut. Was mich von euch interessieren würde, wären natürlich Fragen oder Ideen. Was kann man noch alles damit tun? Wenn du willst. Das ist aber Konfigurationssache. Du kannst im Backend einstellen, dass du Inhalte nur von bestimmten E-Mail-Adressen zulässt, zum Beispiel nur von registrierten Benutzern. Es kann verknüpft sein damit, dass man auch das Benutzer-Passwort angeben muss, dass eine Absenderadresse zugeordnet ist, sodass man also schon einiges wissen müsste, um da Inhalte einschleusen zu können. Du kannst auch, wenn Inhalte an das System kommen, die erst mal auf Unpublished stellen und vom Administrator freischalten lassen. Das wäre über die Konfiguration also abdeckbar. Ja, das war früher immer ein Problem. Aber zum Glück hat sich PHP inzwischen weiterentwickelt. Ich habe mich weiterentwickelt. Meine PHP-Fähigkeiten haben sich weiterentwickelt. Die Welt hat sich weiterentwickelt. Inzwischen geht das alles. Genauso auch Dateianhänge, die dann als, die Dateien werden gespeichert und es wird eine Verknüpfung automatisch erzeugt zu diesen Dateien. Ja, das wäre... Das ist eine gute Idee, aber im Moment bleibt schlechter Code, schlechter Code. Also das ist leider im Moment auch ein Problem, wenn man beispielsweise, was weiß ich, unpassende Tags erzeugt und einfügt, kann man das System dadurch auch zum Absturz bieten. Nein, aufhängen. Also es ist schwierig, damit richtig umzugehen. Da muss ich noch mehr lernen oder... Weiß nicht, schauen wir mal. Vielleicht hat noch jemand Ideen dazu. Also die brutale Variante wäre, dass man sagt, das ist auch in der Konfiguration möglich, ich will immer die Plain-Text-Variante verwenden. Ja, das ist doch gut. Okay. Ja, die wird dann eben in einem separaten Verzeichnis abgespeichert, zum Beispiel Downloads oder was immer. Das ist einstellbar und ein href zu dieser Datei wird an die Nachricht angehängt. Das ist eine der großen Neuerungen quasi dieser Version, dass jetzt eben Plugins möglich sind. Ich habe im Moment, um das zu illustrieren, ein Plugin für Tor-Tags. Weiß nicht, ob Sie meinen kennen, diese Komponente, um da Text zu erzeugen. Achso, ich kann es ja auch hochführen. Ich habe ja einen PC hier. So, es gibt also auf der Website eine Spielwiese, habe ich es genannt. Ihr schickt eine Mail an spielwiese.contentbymail.de und die wird dann hier veröffentlicht, zum Ausprobieren quasi. Und ich habe da schon mal was vorbereitet, nachdem klar war, dass ich diesen Talk halten würde. Ich habe nämlich versucht, ein Foto hochzuschicken. Und dann habe ich das hier gesehen und bin fürchterlich erschrocken, weil das Foto gar nicht da war. Aber das passiert mir bei 40% aller Mails, die ich schreibe. Ich vergesse einfach, den Dateianhang auch anzuhängen. Dafür kann das Programm dann nichts. Ich habe es dann nochmal geschickt. Ach, ATS, okay. So, und die Lektion, die man daraus also lernen kann, ist, man muss den Anhang auch anhängen. Ja. Nein. Ich vertraue darauf, dass man das dann mit Plugins im Content macht. Also Multifarm oder ähnliches zum Beispiel. Nee. Ja. Ja, also gerne. Ich bin auf jeden Fall dabei, an beiden Enden zu arbeiten. Zum einen ist es ja möglich, dass der Input nicht nur aus Mails kommt, sondern meine nächste Idee ist aus Evernote. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Geniales Programm zur Notizenverwaltung. Und es wäre ja schön, wenn man den Content da drin zum Beispiel erzeugen könnte. Und am anderen Ende kann man natürlich auch ansetzen und nicht nur Content erzeugen, sondern tolle Dinge tun auf der Website. Die Idee ist, das dann durch die Plugins zum Beispiel zu machen. Also, was immer. Würde mich zum Beispiel auch interessieren, wo ist der größte Bedarf, wo tut es weh? Welche Systeme werden verwendet und brauchen sowas? K2, irgendwelche Zugeschichten oder wo ist sowas interessant? Okay. Sind wir durch? Keine Fragen mehr? Ihr kennt das gelbe T-Shirt. Er ist ja vielleicht jetzt auch hier. Natürlich, genau. Ich bin bis morgen hier. Ich bin in jeder Zeit. Jo. Okay. Gut, danke. Ich bin in jeder Zeit. 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 Und ich hatte dann das Vergnügen, da sozusagen mal so richtig Web-Performance zu erzeugen und das auch auszumessen. Das heißt, wir haben da einen Server aufgestellt, wir haben eine Datenbank aufgestellt, wir haben einen Load-Balancer vorgelegt. Und wir hatten nicht nur einen Apache laufen auf einem Server, sondern wir hatten auf einem Server dann gleich tausende von Forks von Apache laufen und das auf mehreren Servern und haben dann da Lasttests gemacht und geschaut, was passiert da eigentlich. Es ist insgesamt ein sehr, sehr schwieriges Thema, auch die Leistung dann zu tunen. Ich habe intensiv recherchiert im Internet dazu und die allgemeingültige Aussage dazu ist, ja, die Grundeinstellungen von so einem Apache sind eigentlich meistens viel zu niedrig angesetzt. Das als erstes mal als Warnung. Das heißt, wenn ihr so ein Standardsystem aufsetzt und es hat sich keiner um den Apache gekümmert, dann sind die Einstellungen wahrscheinlich gar nicht so günstig für eure Webseite. Wenn ihr einem Kunden eine Webseite verkauft und im Hosting irgendwo beteiligt seid, dann sollte man da durchaus mal draufschauen. Genauso lohnt sich ein Blick auf die Konfiguration von der Datenbank, zum Beispiel MySQL oder der PHP-Konfiguration. Das geht aber sogar so weit, dass man zum Beispiel auf einem Linux-Server unter Umständen die Anzahl der verfügbaren Pfeildeskriptoren, also wie viele Dateien ich gleichzeitig offen haben darf, dass ich sogar die Anzahl hochsetzen muss. Das sind Systemeinstellungen, die in einem Linux-System, wenn ich da Debian nutze, als persönlicher Nutzer, vernünftig eingestellt sind. Aber wenn ich das als Server nutze, das System, und ich habe sehr, sehr viele Zugriffe von Kunden auf meine Webseite, dann ist das viel zu niedrig eingestellt. Das heißt, selbst das kann zum Bottleneck werden an einer solchen Stelle. Und ich finde die Gespräche, heute Morgen ein hervorragender Vortrag über die Performance von Joomla 3.1 und 2.5. Da wurde mal gezeigt, dass Joomla richtig was kann. So um die 500 Millisekunden ist ja eine geniale Zeit für eine Webseite. Ist ratzfatz da. Eine Durchschnitt, okay. Das ist eine sehr, sehr schöne Messung. Jetzt wollte ich anschließen, hier an der Stelle nochmal aus meiner Praxiserfahrung, euch ganz kurz erzählen, worauf es beim Messen da noch ankommt, wie man da reinkommt, die Performance da zu verbessern. Grundthinno im Internet ist, stell das System auf und mach eine Messung. Auch ganz viel Benchmarking genannt. Es gibt dazu ein paar Tools. Das heißt AB, das ist der Apache Benchmark. Das ist ein ganz einfaches Tool, das kann jeder von euch sehr einfach verwenden. Ihr könnt auch einfach mal eine Curl-Anfrage auf der Kommandozeile machen und die Webseite holen und schauen, wie schnell sind da die Requestzeiten. Der AB macht dann sowas ähnliches automatisch, macht dann mehrere Requests, kann man einstellen. Ja, ich möchte jetzt mal 100.000 Anfragen machen an meine Webseite und da sollen immer 100 Stück gleichzeitig laufen. Das gibt ein bisschen so den Einstieg, den Eindruck davon, was da eigentlich wichtig ist. Weil wenn ich eine Webseite online bringe, kann es ja passieren, dass plötzlich zu Weihnachten auf meine Seite, also kommen 30.000 Requests mehr und dann muss die Webseite das können. Wir haben jetzt gerade Messungen gemacht, um in der Tat 600.000 Requests pro Sekunde auf unser System möglich zu machen. Also wie viele Server brauchen wir, das war die Fragestellung, wie viele Server brauchen wir von diesen total geilen Kisten, damit das möglich ist. Und ich hoffe, dass ihr nie in so eine Situation kommt, da muss man sich wirklich viel mit beschäftigen. Aber auch für eine kleine Webseite kann es unter Umständen nach ein, zwei Jahren sein, dass da mal mehr Traffic draufläuft. Das ist ja das, woran wir arbeiten, was wir uns wünschen, wofür Content erzeugen. Und wenn es soweit ist, dass eine Webseite also einiges an Traffic erzeugt, dann muss man sich da Gedanken machen. Messen, ein bisschen was verbessern und wieder messen. Das ist der einzige Prozess, in dem man da wirklich weiterkommt. Es gibt natürlich Erfahrungswerte und Dinge, die man tun kann, damit man da mehr Leistung rausbekommt aus dem System. Aber man muss bei jedem Tuning-Schritt, den man tut, immer auch gegenchecken und messen, ob das wirklich eine Verbesserung gebracht hat. Weil es kann auch manchmal ganz unintuitiv in die falsche Richtung gehen. Also dann hat man plötzlich weniger Leistung. Wir haben die verrücktesten Sachen da auch erlebt. Das ist ein schwieriges Thema und es sind sehr, sehr viele Parameter, die da zusammenspielen. Weil man möchte ja nicht nur eine schnelle Zugriffszeit auf die Webseite, sondern auch wenn gerade tausend Nutzer gleichzeitig auf die Webseite zugreifen, möchte man, dass diese Zugriffszeiten noch bestehen. Das ist eine Kurve, das ist keine komische Kurve, das ist an sich vollkommen normal. Also im Prinzip, umso mehr Leute gleichzeitig auf die Webseite zugreifen, desto mehr steht der Server unter Last. Und dann gehen natürlich auch die Anfragezeiten für die Webseite, die gehen dann in den Keller. Teilweise hat man dann Sprünge drin, dann sind es plötzlich drei Sekunden statt 500 Millisekunden. Und das möchte man zum einen natürlich mitkriegen. Ich glaube, da gibt es so Metric-Tools. Du stellst da noch was vor? Man muss Caching richtig machen, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, das stimmt. Das ist kein einfaches Thema. Aber Caching kann, was die Performance betrifft, sehr, sehr viel herausholen. Ja, gut, gut möglich, ja. Es kommt immer darauf an, ja, ist richtig, ja. Wie dynamisch ist der Content? Wie viele von euch haben denn schon mal Performance-Probleme gehabt? Ernsthafte Performance-Probleme und sich dann, das sind zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben? Ja, ist gut. Also es ist ein wichtiges Thema, denke ich. Wenn man in seiner Laufbahn da an die Grenzen stößt, steht man häufig alleine da. Ich würde sehr gerne, dass in einem unserer nächsten Joomla-User-Groups, da haben wir in der User-Group schon mal gesprochen, auch als Thema nochmal aufgreifen. Das ist hier in Nürnberg direkt, wo wir hier gerade zu Gast sind. Es tut mir leid für alle Zugereisten. Ja, also für mich ist dieser Tech-Talk jetzt sehr spontan. Ich nenne jetzt einfach noch ein paar Begriffe für diejenigen, die damit zu tun haben. Alle anderen möchte ich nicht länger langweilen. Die vielleicht interessant sind. Tuning-Schritte, die wir gemacht haben, von denen ich weiß, dass sie auch etwas gebracht haben. Um einfach einen kleinen Anstoß zu geben. Also den PHP-Code selber einfach in ein Temp-FS legen, also in den RAM legen. Dadurch wird der PHP-Code schneller in den Zugriff gekriegt und er kann schneller ausgeführt werden. Fantastisch. In den Apache-Einstellungen, ganz wichtig, stellt die Prefog-Anzahl der Apaches, die gleichzeitig laufen, stellt die nach oben. Die sind viel zu klein eingestellt in der Grundkonfiguration. Der Apache mit ModPHP. Da müsst ihr aufpassen, PHP ist nicht Thread-Safe. Das heißt, ihr dürft auf keinen Fall die Worker von Apache benutzen, sondern ihr müsst den Prefog benutzen. Das sind zwei unterschiedliche Mechanismen, sozusagen mehrere Server gleichzeitig laufen zu lassen. Und weil PHP nicht Thread-Safe ist, müsst ihr den Prefog benutzen. Und die Werte müsst ihr hochdrehen. Das heißt, ihr wollt viel, viel, viel mehr Apache-Instanzen gleichzeitig laufen haben, damit mehr Kunden gleichzeitig eine Anfrage beantwortet bekommen können, als das in der Grundeinstellung ist. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Die MySQL-Datenbank, falls ihr eine MySQL-Datenbank benutzt, legt normalerweise einen Temp-Ordner an. Legt den auch in den RAM rein. Das heißt, dass die MySQL-Datenbank, die Dateien, die geschrieben werden im Temp-File, dass die auf den RAM geschrieben werden. Das sind vollkommen unwichtige Dateien, die liegen auch in einem Temp-Verzeichnis. Das heißt, die verschwinden auch wieder. Die könnt ihr einfach in den RAM reinlegen. Das ist ein wichtiger Tuning-Schritt, um die Datenbank, perfekt, die Datenbank-Zugriffe wesentlich schneller zu machen. System-File-Deskriptoren von Linux hochsetzen. Ihr wollt mehr als 1000 Zugriffe auf eine Datei haben, wenn ihr mehr als 1000 Nutzer gleichzeitig auf eurer Webseite haben wollt. Ich habe jetzt noch 30 Sekunden und wenn von euch noch Fragen sind, dann können wir schnell noch ein, zwei Fragen beantworten. Ja? Ja. Ich habe einen internen Bericht. Ich möchte aber gerne an der Stelle weiterarbeiten, eben zum Beispiel auch in der Joomla-User-Group und da dann auch Content für erzeugen. Also sozusagen praktische Erfahrungsberichte, die direkt auch mit Joomla zu tun haben. Ich denke, das wird in einem der nächsten Monate als Thema dort dann auch veröffentlicht. Das ist Peter Martin, der erzählt uns ein bisschen was über J-Forms. Das ist ein bisschen von Ihrer Technik. Was wird jetzt in Englisch sein? Ich denke es. Ich denke so. Fragen auf Deutsch? Ja, das ist auch ein Problem. Okay. Den Fragen können Sie auf Deutsch sprechen. Zeit läuft ab jetzt. Okay. Okay, I don't know who in this audience programs their own components, can I see some hands? Okay, this is a bit technical. Joomla 2.5 has a really interesting feature called JForms. That means if you create a form in XML, in the backend you will get your own forms. So, I will show you something. I have created my own component called ComExpert. Can you hear me clearly there? Okay, thanks. So, it's called ComExpert. My component will view lawyers and publications. So, if I go in the backend to my component, this is the administrator backend. My component is ComExpert. It has some models. There are some forms. And this is my lawyer.xml form. Here, you have to declare everything you need in your form. For instance, I need a name. But if it's not required, I can say false for here. Can you read it? Yeah? So, if I open a person, now this name doesn't have a star, and I just can save it without anything in it. But if you say it's required is true, then you need something to fill out the form. Otherwise, you get this message. So, this is a really great new method of creating your own components in Joomla. But it goes even further than these kinds of things. For instance, I have a lot of categories. My categories are practice areas. And all those practice areas, there are articles in it. And what I wanted to do, I wanted to connect the lawyers to the practice areas. So, I could create my own component with my own table, but I didn't really find it convenient. So, what I wanted to do, I wanted to use the Joomla practice areas. But if I add some new area like here, it's called example. So, now I have practice areas and all those nested categories we needed, but also example. So, if I go to my extension again. First of all, I wanted to use the example, but you have to use nested tables. And it's really complicated. But I saw a presentation of someone, and I also found a really interesting article. And this article is this article, Personal Webspace. It's about how to use hierarchical data in MySQL. For instance, if you have these categories and these nested categories and the children of those categories, how can you do some queries to get only maybe one category with all the children? Well, this person is really marvelous because he has some examples, which you can use. And this is how Joomla works with the categories. You have left and right. Left is on the left. Right is on the right. And you can see at numbers like this. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. And then it goes on. So if you have just one node, for instance, televisions, if you take the right and you minus the left, minus two, it's seven, minus one is six, divided by two is three. So it has three subcategories. And the whole system works like this. But even more, if you create your extension and you have your XML file, you can add SQL in your XML file. So what I did here, I have to, how can I see it on one page? Just like this. So this is my query I used. I just used MySQL. And I know that I go to the back end of my website again. I know that this practice area has an ID called, where is it? Where do you see it? Yeah, it is indeed, it is 205. So if you look at my example, I hard coded 205 here. So I want all the subcategories of my main category. And I also created an order with it. And if you look in the back end, I can select here all the categories. But example is not in it. Because it's not in the nested categories. But here I can just add like this. And this is just plain Joomla, a component in Joomla. And now this person has those expertises. And, well, this is, if you run into problems with forms, just look at some examples. And if you want to use nested categories, I can recommend this page of Mike Hillier or something. Maybe I will tweet about it so you can get it. This is what I wanted to show about, what I really like about Joomla. Yeah. Sorry? Is it working for the front end? Yes, it works for the front end. Yeah. Yeah, you can just look at the front end. I have my front end extension as well. And here I have this model called forms. I don't have it here, but I have it in the, I think the helpers. No? Something. Somewhere. Well, it should be somewhere. Sorry? Is it in the fields? No. In the fields. Could be. Well, there is something. Yes, it is. Here I also have it in the, with nodes. And with this statement, I, this is secret because it doesn't fit over there. So this is really powerful, this nested categories. If there are any questions, please ask someone else because I don't know the answer. Yeah, I will show you. I don't have the front end here. But it's possible. Yeah, it's possible. J forms it's called. And default Joomla code. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Certain points in the frame is Titus von Kapp, Five, 4, 3, 2, 1. Nächster ist Arthur Heinze. Hallo? Hallo? So. Und du erzählst jetzt ein bisschen was über AngularJS. Ab jetzt. Ja, Arthur Heinze bin ich. Ich wurde gebeten, hier einen kurzen Talk zu machen, was mich gerade so ein bisschen interessiert. Ich bin selber persönlich eher so der Frontend-Entwickler bei UCM. Hat also sehr viel mit JavaScript und Co. zu tun. Ich weiß nicht, wie viele programmieren hier. Mit JavaScript nutzen das viel. Dementsprechend wahrscheinlich auch viel mit jQuery und DOM-Multipulation. Jedenfalls gibt es neues Spielzeug für uns, das von Google kommt. Das kommt von Google. Oha. Kannst du auch kaufen. Org. Super. An AngularJS ist es halt super. Wer kennt das halt nicht? Gerade so für die Komponenten-Entwickler wahrscheinlich. Die viel mit Formularen und Interfaces arbeiten für Benutzereingaben. dass sie eigentlich, wenn sie halt intensiv jQuery einsetzen, ziemlich viele DOM-Operationen machen können. Das heißt, irgendwelche Listen appenden oder irgendwie Sachen wieder removen. wenn man der Benutzer irgendwelche Eingaben macht. AngularJS selber erleichtert einem das Ganze im Wesentlichen, indem es eigentlich das DOM selber als Template-Sprache benutzt und das automatisch eigentlich an ein JavaScript-Objekt dementsprechend halt bindet. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel so ein kleines Beispiel. Wir haben hier ein Input-Feld. Bei dem sagen wir einfach OK. Dieses Input-Feld ist gebeindet an die Variable YourName. und wir können es halt sozusagen irgendwo in unserem HTML-Konstrukt wieder ausgeben. Das heißt, ohne jetzt überhaupt irgendwie mit jQuery irgendwas an das Input-Element zu binden oder irgendwelche Events zu hören, updatet er sozusagen automatisch unser DOM, ohne eigentlich großartig überhaupt irgendwie JavaScript geschrieben zu haben. Das heißt, genau, das ist eigentlich total super für Leute, die halt, sagen wir, ein Backend, irgendeine Komponente haben, irgendwelche Daten zu pflegen, ohne, wie gesagt, erstmal ein Sammelsurium an JavaScript zusammenzuschreiben. Jetzt haben wir natürlich hier auch so eine kleine To-Do-App. Wo haben wir das denn? Ich mache die JavaScript-Variante mal an. Wir haben sozusagen ein To-Do-Controller. Das ist eine Funktion. Das heißt, im DOM sagen wir sozusagen, dass dieses Div mit der To-Do-Controller-Funktion jetzt zusammenhängt. und wir haben halt ein Scope-Objekt, das ist praktisch, kann man sich eher vorstellen, wie so ein JSON-Objekt, was eigentlich unsere kompletten Variablen innehält, die wir sozusagen überwachen oder irgendwie pflegen möchten. Das ist zum Beispiel hier ein To-Do-Array, was sozusagen wiederum JSON-Objekte enthält und dadurch die wiederum einfach durch eine Direktive hier im DOM, also wiederum gar kein JavaScript, über irgendeine Vorschleife oder sonst irgendwas, die wieder irgendwelche Sachen appendet bei uns, sagen wir einfach, okay, ng-repeat to-do in to-dos und geben halt dementsprechend die einzelnen Objekte so direkt im HTML dann aus, ohne wie gesagt irgendwie eine Zeile Jahresgeschrieben zu haben. Das heißt, im Hintergrund wird sozusagen unser to-dos-Array immer durch Angular gefüllt und ja, im DOM automatisch immer irgendwie geupdatet. ist nicht komplex in dem Sinne, also man erzieht ziemlich schnell Erfolge und wenn man da sich ein bisschen jetzt mehr reinarbeitet, möchte man eigentlich auch nicht mehr zurück, aber ich möchte es jedenfalls nicht und ja, das ist so ein bisschen die, die halt so ein bisschen JavaScript oder ziemlich viel JavaScript machen und sehr viel ja. Ja. Genau, also man hat sozusagen immer sein JavaScript-Objekt sozusagen, wo halt die ganzen Daten jeweils immer abhängen und ja, hat einen HTTP-Service. Genau. Bitte? Nein. Archive Archive ist einfach nur eine Funktion, die sozusagen aussehen zu Do's, die rausfiltert, die archiviert sind, also die hier eingecheckt sind und dementsprechend dann anzeigt. Switch automatisch die Ne, hier wird noch gar nichts gespeichert. Add to Do wird halt nur das Area gefüllt, aber wenn man jetzt hier in die Doku geht, ja, zeige ich es sofort. Dazu gibt es halt den HTTP-Service und damit kann man dann sozusagen so ein Kram ja. Die Form, die braucht man ja nicht mehr an sich. Das heißt, man hat ja alles sowieso dann in seinem Scope-Objekt drin. Achso, ja, kann man machen, ja. Also man kann ja einfach über ein Etheral, also wenn er jetzt hier drüber geht, dieses NG-Repeat, kann man ja auch einen Namen hier mit weiter dann ausgeben. Ja, ja. Das Ganze ist eigentlich nur halt im Frontend, das ganze Templating, etc., das ist halt einem die ganze Arbeit in dem Sinne abnimmt. Aber man kann es missbrauchen, vergewaltigen, in dem Sinne. Das ist kein Thema. Ja, das war's, wenn es keine Fragen mehr gibt oder so. Ja, eine Frage? Ja, Das hat damit nichts zu tun gerade, aber... Nein. Um sowas einzuführen, es ist ein längerer Prozess, aber es ist halt so meine Spielwiese. Nochmal letzter Aufruf hier, Titus von Kraft. Dann musst du doch ran, David. Oh, Das ist ja gut. Ja. IPv6. Genau, IPv6. Sowas hier kennt ihr ja, ne? IP-Adresse ist noch so von damals, früher aus den Anfangszeiten des Internets. Und wie so bei vielem von damals, früher dachte man, ja, wir definieren da jetzt irgendwas, da überlegen wir mal, so kommen bei dem Standard jetzt 4,3 Milliarden mögliche Adressen raus, das ist so viel, das wird nie voll. Pustekuchen. Seit, ich glaube, Anfang diesen Jahres ist der gesamte IPv4-Adressraum aufgebraucht. Das heißt, wenn ich morgen hingehe und sage, ich will jetzt Internetprovider werden, ich brauche für meine Kunden IP-Adressen, dann habe ich ein Problem mit, jib die nämlich nicht mehr. Die muss ich dann irgendwo bei einem, bitte? Witzigerweise, die haben am allerwenigsten davon, aber das ist eine andere Story. Das heißt, da muss ich irgendwo bei einer anderen Firma, die noch ein paar übrig hat, dann Kratzfüßchen machen, um dann noch ein paar Adressen zu kriegen, aber es war schon vor ein paar Jahren klar, dass 4,3 Milliarden Adressen eigentlich ein bisschen wenig ist, bei mittlerweile 4 Milliarden Menschen und oder weniger, ist ja auch wurscht, aber auf jeden Fall, davon hat ja jeder mindestens drei Smartphones und in fünf Jahren auch noch einen internetfähigen Kühlschrank, also eng. Um so Geschichten dann zu umgehen, ist man irgendwann hingegangen und hat eine Technik erfunden, die heißt NAT, Network Address Translation, die macht aus einer IP-Adresse, die euch euer Internetprovider gibt, dann viele, die ihr intern dann für euren ganzen Rechner benutzen könnt, das ist das, was euer Router alles macht. Das Doofe ist, so war das Internet eigentlich nie gedacht. Internet, Grundgedanke ist, jeder kann jeden direkt erreichen. Mit NAT ist es aber so, dass mein Rechner erstmal nach außen hin irgendwie jemanden, also quasi anpingen, anrufen muss, damit derjenige auch eine Verbindung zu mir aufbauen kann. Untergräbt also ein bisschen die Grundstruktur des Internets. Deshalb ist man hingegangen und hat gesagt, ja scheiße, wir brauchen irgendwie eine neue Version von diesem ganzen IP-Kram und weil das so wahnsinnig toll neu ist, ist so ähnlich wie mit Joomla 1.7 und 2.5, hat man gesagt, lassen wir einfach ein paar Versionen ausmachen aus IPv4. Das ist die alte Version des Standards. Direkt was Neues und das sieht dann zum Beispiel hier so aus. Nennen das IPv6. IPv6 bietet, während wir hier oben 4,3 Milliarden Adressen haben, 230 Trillionen, Trillionen, Trillionen Adressen. Ja, ich lehne nach der Erfahrung mit IPv4, ich sage jetzt nicht, das reicht, aber ich sage, das reicht erstmal. Das reicht sogar so sehr, dass die Internetprovider in ihrer Großzügigkeit jetzt beschlossen haben, dass später mal jeder einzelne Endkunde ein so großes Stückchen IPv6 bekommen soll, dass es dem gesamten IPv4-Adressraum entspricht. Also jeder einzelne bekommt später mal bei seinem Internetanschluss 4,3 Milliarden Adressen. Wer von euch mehr als 4,3 Milliarden Geräte zu Hause hat, die eine IP-Adresse brauchen, hat sowieso ein ganz anderes Problem. IPv6-Adressen sehen ein bisschen anders aus, weil die länger sind. Jeder von euch, der hier im Konferenznetzwerk ist und ein IPv6-fähiges Gerät hat, hat so eine bekommen. Das sieht dann zum Beispiel hier sowas aus. Bis zu einem gewissen Punkt, nämlich im konkreten Fall bis hier, sind die bei uns alle hier im Konferenznetzwerk gleich, weil das das sogenannte Prefix ist, das jetzt halt unserer Konferenz zugewiesen ist und das, was dahinter kommt, ist dann die individuelle Adresse des Geräts. Da gibt es dann noch so ein paar nette Geschichten, dass man theoretisch sagen kann, dieser Schnipsel hier hinten entspricht gleichzeitig der MAC-Adresse und dann kann man so kranke Routing-Geschichten machen, dass man überall, egal in welchem Netz, ist immer unter der gleichen IP-Adresse, ist aber nicht so wichtig. Auf jeden Fall, das ist so der Grundgedanke, sieht ein bisschen anders aus, ist aber eigentlich ganz cool. Jetzt gibt es bei der ganzen Einführungssache so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Die Internet-Provider sagen, da fragt bei uns keiner nach. Die Server-Provider sagen, also hier Facebook, Google und Co. haben lange Zeit gesagt, es gibt ja keine Internetanschlüsse dafür und haben sich den schwarzen Peter immer so ein bisschen hin und her geschoben. Mittlerweile ist zumindest bei den Content-Providern so ein bisschen die Erkenntnis gekommen, es wäre ganz cool, wenn man das mal langsam unterstützt, weil es wird eng, weshalb so die großen, aktuell, was weiß ich, alle Google-Dienste hinter, also YouTube und den ganzen Kram, Twitter, Amazon, Facebook, so die großen des Internets sind mittlerweile alle auch über IPv6 erreichbar. Was sich hier im Konferenznetzwerk zum Beispiel darüber bemerkbar macht, dass 15% des Gesamttraffics jetzt hier gerade schon über IPv6 abgewickelt wird, ohne dass es jemand von euch weiß. Wo man jetzt nach und nach treten muss, ist erstens, dass die Endnutzer eine IPv6-Adresse kriegen, also, tretet euren Internet-Provider, zieht ihn am Ohrläppchen und sagt, ich will IPv6, ich will IPv6. Die ersten Internet-Provider haben jetzt angefangen, da so Testprogramme zu machen und wenn man bei einem ganz großen Idioten als Provider ist, gibt es da so ein Workaround für Six, nennt sich das, das ist so ein gemeinnütziges Projekt, das ist ganz nett, weil man sich bei denen so einen Tunnel beantragen kann und dann kann man sich auf dem Rechner einrichten, wer eine Fritzbox hat, auch direkt auf der Fritzbox, dass man sich sozusagen am Provider vorbei auch so eine IPv6-Adresse zieht. Das ist dann ganz nett, weil dann kann man zum Beispiel mal die eigene Seite testen, was? Befehl ist fertig? Das darfst du mir jetzt nicht sagen, das bringt mich voll raus. Genau, da kann man mal die eigenen Seiten vor allen Dingen austesten und das ist der zweite Appell, neben besorgt euch selber mal einen IPv6-Anschluss, nervt euren Hoster, sagt dem, ich will, dass mein Webspace IPv6-fähig wird, weil IPv6 ist cool, löst ganz viele Probleme und deshalb macht das. Wer dazu Fragen hat, zu mir und ansonsten Buffet. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020